Zum Entnehmen der Revision-Schutzplatte beide Sicherungsriegel nach innen schieben. Schließen Sie das Eckventil. Zum Lösen des Panzerschlauchs die Überwurfmutter lösen und den Schlauch abziehen. Das Ablaufventil gegen den Uhrzeigersinn festdrehen. Damit wird der Ablaufkorb aus einer Halterung entriegelt und kann entnommen werden. Beim Einsetzen des neuen Korbes darauf achten, dass die offene Seite des Korbes nach links zeigt. Im Uhrzeigersinn festdrehen, bis der Ablaufkorb spürbar einrastet. Darauf achten, das Ablaufventil von links in den Ablaufkorb zu schwenken. Das Ablaufventil im Uhrzeigersinn drehen, bis es einrastet. Beim Einsetzen des Ablaufventils darauf achten, dass der Verstellschieber für die große Spülmenge zu Ihnen zeigt. Schließen Sie den Panzerschlauch wieder an und öffnen Sie das Eckventil.